Das Organisationskomitee, das OK-Team hat uns zur Halfpipe geschickt, weil morgen am Sonntag findet um 10 Uhr der Ö3 Luftmatratze Snowcross in der Halfpipe statt, das heißt alle können sich da anmelden und um 10 Uhr daherkommen und mit der Luftmatratze rein droppen und wir probieren das jetzt einmal aus, ob das auch wirklich situationstauglich passt. Ihr habt ja gesehen, wie das da runter geht, das ist unglaublich, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Halfpipe natürlich hoch ist, ich sage 1, 2, 3, go! Oh, Alter! Okay, auf Los geht's los! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! It's Friday noon and I call it a day, the month is waiting I'm on the way, I'll meet my friends to catch the sun, feeling snow, let's start the fun, jump day 60 on my board.